So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine weitere Max Out Monday Folge, weil heute Montag ist und Hong ist ja auch zurück, angeblich. Muss ich heute Abend mal reinschauen bei Chill mit Ramses, 20 Uhr, werden wir mal gucken, ob Hong jetzt wirklich was Neues gemacht hat und was er gemacht hat. Und macht keinen Pokémon GO mehr, macht einen neuen Account, einen neuen YouTube-Kanal, damit er eben Pokémon GO auf dem alten lassen kann und mit dem neuen richtig durchstartet mit anderen Sachen. Und jetzt macht er auf dem neuen plötzlich Pokémon GO. Muss man nicht verstehen, egal, aber durch Hong kannte ich Max Out Monday und deswegen wollte ich das dann weiterführen, weil er das ja nicht mehr gemacht hat. So, gestern war auch Seemob Seeday, den ich persönlich richtig cool fand. Gab es dreifach EP, auch viele Leute haben da richtig gut gelevelt, richtig gut EP gemacht. 13 Shinies habe ich bekommen. Wer gestern dabei war, weiß Bescheid. Waren coole drei Stunden. Drei Stunden, 13 Shinies. Hat auf jeden Fall gereicht. Und nächste Woche kann ich schon mal ankündigen, gibt es eine besondere Folge Max Out Monday aus München. Ah, die ist schon wieder total verrückt. Aus München mit Hannes und Isbo, wo dann der Isbo drei Pokémon bestimmt und der Hannes auch drei Pokémon bestimmt, die ich dann maxen soll. Am liebsten den ihre drei Favoriten, den ihre drei Lieblings-Pokémon, aber beim Isbo weiß eigentlich eh schon jeder, was denen seine Lieblings-Pokémon sind. Was denkt ihr, welche drei Pokémon wird Isbo nennen zum Maxen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und Heatran ist ja jetzt auch weg und ich wollte da ja auch 300 XL sammeln, damit ich mein 100%iges pushen kann. Habe jetzt mittlerweile drei 100%ige. Wir wollen auch jetzt direkt mit Heatran erstmal anfangen. So, wenn wir Heatran hier eingeben, haben wir nämlich hier eins, Andy, der Wanderer war das. Das ist vom 18.01.2021. Das werde ich aber nicht hochziehen, das müsste jetzt auf 40 sein. Dann haben wir ein zweites Röhmheld hier. Das wird aber auch nicht hochgezogen, obwohl das auch irgendwie andere Werte hat. Hier ist ein 98er Shiny, das wird auch nicht hochgezogen. Wir haben noch eins bekommen in, da war glaube ich Raids für Zuschauer. Nebenbei habe ich immer mal mich eingeladen mit und habe auch mitgemacht. Und zwischen den Lobbys hat Baloo eingeladen und in der Lobby von Baloo habe ich dieses bekommen. Ganz frisch eben von diesem Jahr von Baloo. 100% Heatran aus Waldbronn, Baden-Württemberg. So, dieses werde ich dann maxen. Wollen wir kurz auf die Statistik auch schauen, wie viel ich jetzt da insgesamt gemacht habe. 424 gesehen, 330 gefangen. Seitdem das da war mit XL, habe ich nicht so viele gemacht. Da brauchst du ja ungefähr 100 Raids, damit du deine 300 XL Bonbons voll hast. Das heißt, ich habe vorher, als der schon das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Mal da war, schon zu viel geradet, viel zu viele Raids gemacht. Aber ich wollte damals unbedingt ein 100%iges. Der Bob hat direkt eins bekommen. Wir haben immer Duo-Raids gemacht. Waren wir den ganzen Tag unterwegs. Mittlerweile würde das anders laufen. Dieses wollen wir jetzt erstmal nehmen. Das wollen wir jetzt erstmal hochziehen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Kommt auch auf über 4000. Also das Ding hat es schon in sich irgendwo. 4244. Machen wir auch noch eine neue Ladeattacke drauf. Gucken wir, was er so kann. Käferbiss, Eisenschädel, Steinkante. Die meisten machen den natürlich hier mit so Feuerzeug. Das heißt, wir machen das hier auch. Wir lassen den Eisenschädel mal drauf. Haben jetzt Feuerwirbel, Eisenschädel, Flammenwurf. Wenn es eine bessere Kombination gibt, sagt Bescheid. Ansonsten ist das das Pokémon des Tages heute. 100% Level 50er Heetran mit 4244. Kommen wir zum Walreiser. Walreiser. Da habe ich gesehen, wir haben ja gestern noch einen Shiny entwickelt. Mit der Attacke Eisspeer. Ja, dann habe ich gesehen, ich habe hier einen Kryptowalreiser. Das wäre ja eigentlich auch interessant, vielleicht mal zu maxen. Das ist nämlich, glaube ich, ein... Es ist ein 98er. Ist Walreiser aber jetzt so nützlich. So gut. Nimmt man das jetzt für Raids? Nimmt man das für GBL? Nimmt man das für was anderes? Also wenn es ein 100er Kryptowalreiser wäre, wüsste ich, dass ich sofort max. Bei ihm würde ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen noch warten. Das ist halt immer so teuer alles auf Dauer. Wir haben hier diverse 100er, drei Stück. Der ist auch Best Buddy, aber die haben natürlich nicht... Die Cedar-Attacke, die sind schon älter. Deswegen muss ich dieses hier nehmen, was wir gestern entwickelt haben. Das hat nämlich die Attacke Eisspeer. Aber damit die anderen uns nicht ablenken, gehen wir direkt jetzt hier mal auf Push. Da habe ich nämlich hier was eingegeben. Zack, Push. Da seht ihr noch ein paar andere Sachen. Das werden wir jetzt auch power-uppen auf Level 50. 3081. Das muss ich auch noch zum Best Buddy machen. Ich glaube, ich muss alle 50er zum Best Buddy machen. Und wir hauen hier auch nochmal eine neue Attacke drauf. Neben Pulverschnee und Eisspeer hat er jetzt hier auch Blizzard. Kann der nicht noch Lawine oder so? Kann der Lawine? Kann der keine Lawine? Ich weiß es nicht. Wir lassen das erstmal so, wie es ist. Herr Schreiter nochmal kurz. Lustige Frisur ist auf jeden Fall am Start. Der muss auch noch Best Buddy gemacht werden. Und in letzter Zeit gab es natürlich diverse Events, wo es auch wieder neue Shinies gab. Es wurde ja das Hut-Hut mit Party-Hut eingeführt. Und jetzt sind wir soweit. Wir haben auch zwei Hut-Hut ohne Party-Hut oder ohne Neujahrshut. Und da wisst ihr, lasse ich das Größte, das Größte entwickle ich immer. Und das Kleinere lasse ich dann immer so, wie es ist. Wir werden also hier jetzt für das Video neue Shinies, werden wir noch einen Shiny-Hut-Hut entwickeln zum Shiny Noctu. Und natürlich dann Schneckmark, weil Schneckmark das letzte neue Shiny war, was ins Spiel gekommen ist. Diese graue Schnecke, ganz besonders mit einer total besonderen Farbe. Noctu, ja, ist halt, hat halt so einen Gelbstich, so irgendwie, aber sieht für mich jetzt nicht so einladend aus. Machen wir auch mal hier ein Sternchen dran. Das fand ich schon viel cooler. Ich fand, diese Farbe hat mir richtig gut gefallen, eben beim Hut-Hut. Obwohl, je länger ich hingucke, desto komischer sieht es aus. Ich glaube, der Party-Hut hat abgelenkt, der Neujahrshut. Und jetzt merkt man erst mal, dass das auch komisch aussieht. Und dann haben wir noch unsere Schneckchen am Start. Wir haben nämlich hier ein Schneckchen, was wir so lassen, was total cool aussieht. Und dann wird es gleich hässlich, das weiß ich jetzt schon, wenn wir nämlich ein Makago entwickeln, aus dem Schneckmark heraus. Weil, warum haben die denen nicht auch so eine schöne, statt roh diese graue Färbung gelassen? Das würde irgendwie total passen, aber plötzlich wird es wieder rosa. Obwohl, das ist ja richtig pink. Das ist richtig stechend pink. Jetzt sagt ihr, das ist voll cool. Ja, und ich sag, naja, weiß ich nicht. Das Haus sieht auf jeden Fall cool aus. Vor allem auch, dass die Flammen, die da hinten rauskommen, dass die jetzt so lila sind. Die sind ja, glaube ich, normalerweise blau, wenn mich nicht alles täuscht. Sind die blau? Sind die nicht blau? Ich weiß, ich habe schon lange nicht mehr auf eine normale Schnecke gedrückt. Das heißt, der sieht gut aus. Den haben wir jetzt auch entwickelt. Das müsste alles heute auch flüssiger übertragen haben, da ich es ja über das USB-Kabel angestöpselt habe. Und ansonsten habe ich auch gesagt, wenn ich ein legendäres pushe, das zählt wie drei Pokémon, wenn ich zwei legendäre pushe, bin ich fertig. Ansonsten sechs kleine Pokémon oder ein legendäres und drei andere. Jetzt habe ich ein legendäres, ein anderes und die zwei Entwicklungen waren auch wie ein Push. Also Max Out Monday ist nicht nur immer alles hochziehen auf 50, sondern auch mal irgendwas anderes. Bevor ich jetzt hier die Shinies alle in eine Extra-Folge packe. Man hätte jetzt auch einmal Cargo pushen können, maxen können, aber erstmal ging es um die Shinies, die Shinies zu zeigen. Wie war euer C-Day gestern? Ihr könnt ja nochmal eure Ausbeute drunter schreiben. Wie lange habt ihr gespielt? Wo habt ihr gespielt? Wie habt ihr gespielt? Welche Ausbeute hattet ihr? Manche haben auch aus der 1-Euro-Ticket-Forschung ein 100-prozentiges Wahlreiser direkt hingestellt bekommen. Auch natürlich feine Sache. Und ich sage immer, ich empfehle dieses 1-Euro-Ticket. Ihr kriegt so viele Items, EP, Staub, sonst wie Begegnungen daraus. Das lohnt sich für diesen 1 Euro. 1 Euro im Monat muss schon drin sein. So, wir sind ansonsten eigentlich fertig. Wir können nochmal ganz gucken, wo sich unser Heatran ansiedelt, wenn wir hier runtergehen. Da kommen die ganzen Drago-Ransen. Und hier ist auch schon das Heatran noch vor dem 100% Darkrai. Und vor dem 100% Shiny Brutalander, Glücksbrutalander, tummelt sich jetzt dieser Baloo. Das ist also cool. Den lassen wir zum Abschied hier da. Der kann nochmal schreien. So, da freut sich noch einer. Das war es von meiner Seite aus. Guckt das Samyang-Video, was ich heute hochgeladen habe. Da habe ich jetzt Soßen getestet. Die Samyang-Soßen, die mir geschickt wurden. Da wollte ich auch welche mit nach München nehmen. Und den Isbo damit ein bisschen ärgern. Mal gucken, ob das alles so klappt. Ob er da mitmacht, der solltet ihr auch mal probieren. Und ansonsten heute Abend, wie gesagt, 20 Uhr. Chill mit Ramses. Da guckt man nochmal zusammen was, bevor ich dann am Donnerstag abdüse nach München. Ansonsten Peace out vorhaut euer Ramses. Denn ich muss jetzt ab zum Geburtstag vom Muttertier. Bin dann aber abends wieder da. Muss ja früh ins Bett. So, Peace out vorhaut euer Ramses.